Darf eine Frau mit breiter Hose beten? Darf sie ihre Brust mit dem Hijab bedecken? Die Kleidung, mit der die Frau beten soll, ist der Himar. Das heißt, ein Hijab, der den ganzen Körper bedeckt, von Kopf bis Fuß. Dabei müssen aber Gesicht und Hände unbedeckt bleiben. Das ist, womit die Frau beten soll. Wenn die Frau nichts anderes hat, ist das ein anderes Thema. Aber wenn sie ein Himar hat, dann soll sie damit beten. Wallah, ja.